Es gibt ja alles, was zum Kleidungssektor irgendwie gehört, ob das Hosen sind oder Unterwäsche oder völlig egal. Und da kommt für uns eigentlich immer nur Schmidt in Frage, wenn ich ehrlich sein soll. Also ich habe hier noch nie jemanden erlebt, der unfreundlich war, ganz ehrlich. Also ich bin immer nett behandelt worden. Gesellschaftlich bietet Theo Schmidt für Husum sehr viel, wie der heutige Abend mit der Modenschau. Es ist einfach eine Bereicherung für Husum. Schon so ein kleines Erlebnis, ja. Man kann eigentlich fast den ganzen Tag hier verbringen, wenn man Schuhe bis Handtasche und Hose was essen, trinken, Freunde treffen, alles vorhanden. Unheimlich gutes Angebot, viele Designer auch hier. Wie ich das in Hümer sind, haben wir euch eben auch in manchen Häusern. Ich bin bis jetzt jedes Mal nett bedient worden und war immer sehr zufrieden, wenn wir hier waren.